Technischer Fortschritt erzielt, aha. Ich bin eigentlich der Meinung, wir haben schon mal eine Metallspitzatel gemacht, oder? Hier in diesem Singleplayer. Aber ich meine, diese Errungenschaften, die sind ja eh total komisch. Manchmal kriegt man auch erst nach dem x-ten Mal Baumfällen dieses Dremel auf Holz geklopft und irgendwann bekommt man es nochmal, weil sich da irgendwas resetete und so weiter und so weiter. Na, es geil wäre es natürlich, wenn wir hier noch eine Pfanne finden oder sowas. So, und damit ist es auch für euch die neue Folge dann wieder, sehe ich gerade. Ich hatte den Anschluss verpasst. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Was ist denn hier der Eingang? Seid es nicht hier drin? Oh, doch. Guten Tag. Und auch hier würde ich gerne die Bücher mitnehmen. Wie gesagt, das spart enorm viel Materialien. Wir kommen fixer voran und all solche Sachen halt. Bescheiden gelegen hier, ne? Sind auch noch Bücherregale, die ich ehrlich gesagt auch noch mitnehmen wollen würde. Also im Normalfall würde ich dir sagen, schau zu und lerne, ne? Du Dorfbewohner, aber ich glaube, da ist Hopfen und Malz verloren. Das können wir stecken, das können wir stecken, das können wir ausdecken. Na, zum Beispiel diesen Eisenbruchspanzer, den brauchen wir gar nicht. Dann schaue ich mir das denn rein. Na, ich weiß, ich habe ihn schon wieder aufgesammelt, aber hey. Wir schmeißen den Gleichheit wieder weg. So, aber Brot können wir gleich schon ein bisschen was machen. Hier gab es keine Treppe oder sowas, beziehungsweise Kiste. Hier haben wir auch noch viele Bücherregale. So, und dann gucken wir mal, dass wir uns in einem Haus gerade mal kurz niederlassen. Um so ein paar Sachen zusammenzustellen. Ich würde sagen, wir nehmen direkt hier das hier. Ist ja egal, ist ja Korps wie gesprungen. So, hier haben wir auch eine Crafting Bench. Äh, warte, wie war das? Irgendwie... So oder so, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm... Pfanne. Achso, ist ja ganz easy. Brauchen wir einfach nur so, guck mal. Von unten nach oben oder so oder was? Ja, Tatsache. Da legen die echt Wert drauf. Wow. Na, dann könnten wir eigentlich... Loslegen, würde ich mal sagen, wa? Brauchen wir nur Brot. Burger, Hamburger. So, da brauchen wir Toastbrot auf jeden Fall. Müssen wir den Ofen aufstellen. Wie gesagt, wir werden jetzt hier ein bisschen Zeit verbraten, denke ich mal. So. Kletzchen wir hier die Dinger rein. Können wir auch hier noch ein bisschen... Verschandeln, wie auch immer. So ein bisschen Brennmaterial haben. Brennt das? Ne, das kann nicht mehr nur so. Schade. Schade. Ich muss ihn irgendwie hier aufstellen. Aus der Füße haben irgendwie. Ja, nice. Ich muss ihn dir. Halten wir nochmal. So. 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 So, die ersten acht haben wir zusammen, weiter wird es gleich gehen hier, erstmal die Platten, bis zum nächsten Mal. Dann müssen wir Duster haben, bevor gleich Monster spawnen, hier mal kurz brennen gehen. Komm, Mariene, aussammeln. So, dann können wir hier schon mal, Moment, wir brauchen das zu Ruhe vielleicht. Nee, da brauchen wir jetzt andere Brot für, oh Gott. Und nicht das, sondern das Ruhe, zack, zack, Burger, nice. Und dann können wir direkt hier wieder rein tun. Dann können wir wieder acht Stück machen. Ich würde sagen, die Fische, die wurzeln wir auch schon. Was können wir denn hier rausschmeißen? Guck mal, wir könnten auf jeden Fall schon mal einiges an Fäden machen. Noch irgendwas, das wir verbrutzeln können, gerade so, nee. Machen wir es so. Dann machen wir die Fäden draus, zack, zack, zack. Noch mal zwei, wie viele Fäden haben wir denn? Komm, machen wir noch einen Ofen, egal, was jetzt dabei rauskommt. Kann man direkt daneben stellen, guck mal, war es so klar. Fortschritte halten, bla bla bla, hast du nicht gesehen. So, das können wir wieder hier rein tun, das war Cobblestone. Ach komm, hier haben wir ja auch zwei Pfeile, dann können wir doch die einen Pfeile, Wahnsinn. Kann man mit hier rein tun. So, dann können wir mal gucken, dass wir hier irgendwie ein bisschen was los werden, wa? Wir können zum Beispiel, oh guck mal, hier ist Baumwolle. Ähm. Hier, gehärteter Sand zum Beispiel brauchen wir nicht, diese Rüstung hier brauchen wir nicht. so. Jetzt hier wieder ein bisschen Platz, da können wir hier den Sand rein tun. Was können wir denn auch noch wegschmeißen? Nichts großartig. So. Nichts großartig. Das da rein. Das da rein, das da rein, das da rein. Und da noch drei. Und dann haben wir es schon wieder. Burger, 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 Burger. Eigentlich können wir hier die Bratpfanne auch mit da rein tun, die wir gerade nicht brauchen. Dann machen wir hier alles gebrutzelte Fisch noch draus. Das ist eigentlich auch so was wie ein Fischbörbe oder so. Dann machen wir hier noch nie. Das sieht nicht so aus. Jetzt können wir den Fisch rein tun. Hier kann man den Fisch rein tun. Das sieht nicht so aus. Das war's für heute. Auf jeden Fall das Lederbrennen und für euch geht's dann gleich schon in die nächste Folge. Können wir gar nicht. Wir müssen das wahrscheinlich erst binden. Also doch, erst die Fäden. Moment, wie war das? Aber wieso, ne? Jo. Drei Stück, wow, das ist nicht sehr viel, aber das können wir schon mal brennen. So, das können wir wieder hier oben rein tun. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.